Das können wir nicht mehr durchgehen lassen. Das möchte ich nicht mehr akzeptieren lassen. Da lassen sie Robin Hood von einer schwarzen Person spielen, ne, den kriminellen Robin Hood, ne. Ja, was wirft denn das für ein schlechtes Licht auf die schwarze Bevölkerung, ne, wenn eine schwarze Person einen Kriminellen spielt. Hallo meine toxischen Zuschauer, Alicia Jo hat ein neues Video hochgeladen und sie disst ein bisschen Disney und die Wokeness. Und ja, das habe ich ja auch getan in einem meiner letzten Videos. Deshalb kann ich da natürlich sehr gut meinen Senf dazugeben und ja, da mal ein bisschen differenziert reingehen, ein bisschen drüber lustig machen. Ihr wisst doch, wie es läuft. Los geht's! Schneewittchen und die sieben Zwerge. Ein absoluter Klassiker unter den Zeichentrick Märchenfilm. Und einer der Disney-Filme, der, wie so viele andere, demnächst eine Neuverfilmung bekommen soll. Und die ist schon seit einiger Zeit ordentlich in der Kritik. Das Problem, Disney hat jetzt versucht... Ach Quatsch, die Vorfreude ist riesig, wenn du Disney fragst. Die riesige Vorfreude auf den Film. Der kann doch nur geil werden. ...auf diese Kritik einzugehen und hat es noch schlimmer gemacht. Was ist passiert? Franky, Kuss geht raus. Im Jahr sind die ersten Fotos zu Dreharbeiten des neuen Schneewittchenfilms aufgetaucht. Klar wurde, die sieben Zwerge aus dem Originalmärchen wurden ersetzt durch sieben magische Wesen, aka hauptsächlich normal großgewachsene Menschen. Das gab unter einigen kleinwüchsigen Menschen im Netz einen riesigen Aufschrei. Der Vorwurf lautete in etwa, wir als kleinwüchsige Menschen sind in der Filmbranche total unterrepräsentiert und jetzt gibt es einmal die Möglichkeit, dass gleich sieben kleinwüchsige Menschen für einen Millionen-Blockbuster gecastet werden könnten, als Zwerge, und man entscheidet sich dagegen, ziemlich diskriminierend. Ja, das klingt ja erstmal schlüssig und da würde ich so zustimmen, wenn ich das von einer kleinwüchsigen Person hören würde. Wieso also kam Disney auf die Idee, das überhaupt so komisch zu casten? Hallo Black! Ja, sagen wir mal so, Disney wollte vermutlich politisch korrekt sein. Denn das alles geht auf eine Sache von vor fast zwei Jahren zurück. Vielleicht kennt ihr den Schauspieler Peter Dinklage, bekannt unter anderem... Übrigens absoluter Ehrenmann der Typ in Game of Thrones. Ich hoffe, ihr habt alle Game of Thrones gesehen. Sehr, sehr gute Serie. Ich bin gerade dabei, die nochmal durchzuschauen. Ich habe die schon mehrmals geguckt, tatsächlich, eine der wenigen Serien, die ich mehrmals geguckt habe. Aber da hatte er einen kleinen L-Move, ne? Vor allem, weil sich Disney darauf dann voll eingeschossen hat, ne? Der meinte halt damals, er findet es komisch, dass, äh, ja, die sieben Zwerge von sieben Zwergen, äh... Zwergen darf man ja nicht sagen, von Kleinwüchsigen gecastet werden sollen. Und, äh, ja, dann hat man das so als Gesetz gesehen und, äh, irgendwie mal nicht die anderen Kleinwüchsigen-Leute gefragt, ob die das vielleicht gerne machen würden, ähm, und ob die das diskriminiert finden, sondern einfach die Meinung von einem Kleinwüchsigen genommen, also ihm, uns auf... also über alle quasi drüber gestülpt und das als, äh, ja, politisch korrekte Wahrheit angesehen. Ja, und damit Folge in die Wand gefahren, zurecht, ja? ... aus Game of Thrones. Er sagte im Januar 2022, als Disney gerade verkündet hatte, dass sie Rachel Siegler, eine Latina für das Schneewittchen gecastet haben, in einem Podcast folgendes. Ihr seid in einer Hinsicht fortschrittlich, aber macht noch immer diese verdammte rückständige Geschichte über sieben Zwerge, die zusammen in einer Höhle leben. Was zur Hölle macht ihr da? Habe ich nichts getan, um die Sache von meiner Plattform aus voranzubringen? Wohnen die nicht in einem Haus? Warum eine Höhle? Wir hatten doch ein Häuschen. Ja, ich kenne mich aus mit Disney. Mich könnt ihr nicht linken, Freunde. Ich schätze, ich bin nicht laut genug. Und weil dieses Statement damals im Drama-Internet und auf Twitter natürlich voll die Wellen schlug, hat Disney eine Art Antwort-Statement gemacht und sich wie folgt geäußert. Um zu vermeiden, dass wir Stereotype des ursprünglichen Trickfilms wiederholen, werden wir bei diesen sieben Figuren einen anderen Ansatz wählen und uns auch Rat von Mitgliedern der kleinwüchsigen Community holen. Tja, was sie damals, vor zwei Jahren, nicht bedacht hatten. Nur weil ein doch sehr wohlhabender Schauspieler und ein Teil des Internets das so sehen, muss das nicht bedeuten, dass alle das so sehen. Das habe ich euch ja am Anfang gezeigt. Also ganz viele kleinwüchsige Menschen schreien jetzt auf und beschweren sich jetzt, wie das mit den magischen Wesen gelöst wurde. Und sagen eben, dass ihnen da eine riesige Chance der Repräsentation entzogen wurde. Aber wer kann den Punkt absolut nachvollziehen? Also dazu muss man jetzt sagen, im Jahr 2023 bist du eh nicht safe. Du könntest egal was posten und es würde Kritik dafür geben. Bestes Beispiel MrBeast, wenn ihr den kennt, amerikanischer YouTuber, der viel Gutes tut. Hat jetzt 100 Brunnen in Afrika gebaut, um den Leuten auch zu helfen und dafür wurde der kritisiert. Oder der hat YouTube-Videos darüber gemacht, wie er Leuten, die sich eine Operation für die Augen nicht leisten können, die erblindet worden wären, der hat denen die Operation bezahlt und stand dafür in der Kritik. Also ihr seht, wo das hingeht. Ihr könnt eigentlich machen, was ihr wollt heutzutage. Irgendwelche Leute, irgendwelche Leute, wird eh immer in Furz quer sitzen und die werden sich darüber beschweren. Das ist traurig, aber das ist die Realität leider. Wer hat denn jetzt recht? Also stimmt es, dass Schneewittchen, wie Peter Dinklage sagt, eine rückwüchsige Stimme zu einem Zwerge oder gar Kleinwüchsige ist, die in einer Höhle leben? Oder stimmt es, dass Schneewittchen eine Geschichte ist, die kleinwüchsige Menschen auf positive Weise repräsentiert? Surprise, surprise! Alle liegen falsch. Schneewittchen ist kein Märchen, das sich über Menschen mit Kleinwuchs, wie wir sie heute ganz normal kennen, lustig macht oder auch nur ansatzweise irgendwas damit zu tun hat. Das Originalmärchen ist schon über 200 Jahre alt. Eine der geläufigsten Theorien der Entstehung ist, dass das echte Schneewittchen Margareta von Waldeck, geboren 1533, aus der Nähe von Kassel, also Deutschland, gewesen sein soll. Laut Berichten war dieses Mädchen Oh, warum hat sie einen Apfel gebissen und denn keine vergiftete Weichwurst? Ne? Und ein schönes Maß? Nämlich außergewöhnlich schön. Ihre Mutter starb, als sie erst vier Jahre alt war. Fortan wurde sie von einer strengen Stiefmutter, Katharina von Hatzfeld, aufgezogen. Mit 16 sollte sie in Brüssel verheiratet werden. Allerdings gab es Komplikationen, da sich mehrere hochrangige Männer um ihre Hand bemühten. Während ihrer Lebzeit reistete Margareta unter anderem über das Siebengebirge zum Rhein. Und im Alter von nur 21 Jahren starb sie, laut Vermerken aus der damaligen Zeit, an einer Vergiftung. Klingelt da was? Aber woher kommen jetzt diese Zwerge? Naja, das ist eine eher tragische Geschichte. Südlich von Waldeck, wo Margareta herkam, da liegt das Kupferbergwerksdorf Bergfreiheit. Und aus Lohnabrechnungen von damals weiß man, dass in diesem Bergwerk auch Kinder eingesetzt wurden. Denn die Gänge in Bergwerken sind klein und früher gab es jetzt nicht unbedingt die fortschrittlichsten Kinderarbeitsgesetze. Und unter anderem durch das fehlende... Ja, schade, dass es heute anders ist. Ja, schade. ... Sonnenlicht und die harte Arbeit in einem Bergwerk wuchsen diese Kinder nicht richtig. Bekamen Deformierungen oder für die damalige Zeit komische Erscheinungsbilder durch, zum Beispiel auch so Dinge wie Arbeitsunfälle. Wenn man jetzt auf das Disney-Märchen von 1937 schaut, dann hat man hier, wie in ganz vielen Märchenfassungen davor, für die Erzählung das Fabelwesen Zwerg gewählt. Denn ich sag mal so, deformierte und in Bergwerken misshandelte Kinder? Na, das hätte eventuell den Erfolg des Filmes ein klein wenig geschmälert. Schmälert, Zwerge, das sind genauso wie Kobolde oder Riesen oder Feen Fabelwesen, die es in etlichen Kulturen gab. Und ich finde das witzig insgesamt, jetzt wo wir gerade beim Thema Kinderarbeit sind. Ich meine, das ist ja zu Recht eine Sache, die sehr, sehr verpönt ist, eine Sache, die halt gar nicht geht. Aber ironischerweise kommen wir langsam wieder in eine Phase der Gesellschaft, wo es vielleicht Sinn ergeben würde, wenn Kinder früher Verantwortung haben und vielleicht ein bisschen schon arbeiten. Würden schon mal, ne, einfach damit sie aufs Leben vorbereitet sind, auch irgendwo, ne. Weil dieses, keine Ahnung, äh, dieses... Den ganzen Tag nur rumpimmeln und auf TikTok sein, das tut halt logischerweise langfristig dem Gehirn nicht gut. Dann kann man halt auch theoretisch arbeiten, ne. Und das soll jetzt nichts, äh, nichts, nichts Wildes sein, ne. Natürlich keine 40 Stunden, aber so jede Woche vielleicht ein paar Stunden ein bisschen Verantwortung lernen. Das würde wahrscheinlich den meisten Kindern, äh, oder Jugendlichen vor allem, ne. Kinder ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen tief gegriffen, ne. Die reden ja hier über Kinder. Das würden vielen Kindern vielleicht gut tun, ne. Zeitung austragen, etc. Ne, einfach auch ein bisschen rauskommen und nicht nur in der Bude zu hocken. Das kann schon Sinn ergeben. Und das geht auch auf die unterschiedlichsten Dinge zu. Kein Social Media für Kinder, das wäre gut. Absolut, squeezy hack. Muss ich dir recht geben, ne. Muss ich dir recht geben. Zurück, alleine darüber könnte man sie im Doktor arbeiten. Ist kontraproduktiv. Und somit liegen Peter Dinklage und Disney eigentlich beide falsch. Wenn du eine Geschichte mit freundlichen Fabelwesen machst, die in einem Bergwerk arbeiten und übrigens auch nicht in einer Höhle wohnen, um da Peter Dinklage zu korrigieren, sondern in einer ganz normalen, dann werden da keine Stereotype über kleinwüchsige Menschen etabliert oder geschaffen. Es ist also, würde ich behaupten, Interpretation... Ich wollte gerade sagen, also in Schneewittchen wurden die Zwerge doch auch als mutig dargestellt. Also es ist jetzt nicht so, dass man wie zum Beispiel, was damals kritisiert wurde, man macht dann einen schwarzen Schauspieler und der hat nur negative Eigenschaften. So nach dem Motto, wir probieren jetzt die Schwarzen schlecht zu reden, ne. Das ist ja hier nicht gegeben auch. Also, keine Ahnung. Das ist halt wieder dieses typische, wir kreieren ein Problem dort, wo eigentlich kein Problem ist, einfach weil wir übermäßig politisch korrekt sein wollen. Und dann kriegen sie dadurch natürlich zu Recht Kritik, ne. Weil es halt die Leute irgendwann abfuckt. Dieses Übersensible, ne. Sensibel zu sein ist nicht schlecht, aber dieses Übersensible, das fuckt auf Dauer ab. Punkt. Also mich zumindest. Und Geschmackssache, ob man kleinwüchsige Menschen die Fabelwesen Zwerge spielen lassen sollte. Einige sind dieser Assoziation überdrüssig und empfinden sie sogar als diskriminierend, weil man kleinwüchsige Menschen früher eben auch teilweise abwertend als Zwerge bezeichnet hat. Andere finden diese Assoziation aber völlig in Ordnung. Überhaupt nicht diskriminierend und ja, teilweise auch magisch und irgendwie cool. Es gibt ja diese Idee, die oft von politisch korrekten Menschen angebracht wird. Ist mir neu, dass Assoziationen diskriminierend sein können. Ja, guter Punkt. Ich lerne auch im Jahr 2023 jeden Tag aufs Neue, was alles diskriminierend ausgelegt werden kann, wenn man es wirklich darauf anlegt. Und da gibt es halt eben Leute, die wirklich mit der Brechstange durchs Leben gehen und probieren, irgendwo Diskriminierung herein zu interpretieren, wo keiner ist. Twitter, absolutes Paradebeispiel dafür. Also ja, jeden Tag ein bisschen diskriminierter. Rewe. Dass man Betroffene fragen sollte. Das Problem ist aber, und das sehen wir hier an diesem Fall ganz schön, dass Betroffene oder gerade Betroffene ganz unterschiedliche Meinungen zu diesem Thema haben. Generell, muss ich an dieser Stelle mal anmerken, finde ich dieses Betroffene-Fragen generell an vielen Stellen natürlich total angebracht und auch wichtig. Moin, Schwarz, merci. Aber es spricht gerade bei so großen Themen den Betroffenen auch irgendwie so ein bisschen das Recht auf eigene Meinung und individuelle Gedanken ab, oder? Ich meine, ist es nicht super pauschalisierend und dementsprechend fast schon wieder diskriminierend zu sagen, ah ja, also Peter... Aber Moment mal, wenn man eine politische Ideologie verfolgt, dann kann man ja nicht diskriminierend sein. Fräulein, sag mal, hast du darüber schon mal nachgedacht? Ne? Meine, meine, meine Güte, ey. Ita Dinklitz, der findet die Geschichte von Schneewittchen und den sieben Zwergen doof. Peter Dinklitz ist ein kleinwüchsiger Mann. Ja, dann finden das doch bestimmt alle kleinwüchsigen doof. Die denken doch da bestimmt alle gleich. So, als ob das nicht genauso einfach ganz normale Menschen wären, die zu unterschiedlichen Themen unterschiedliche Ansichten haben. Naja, wofür hat sich Disney denn jetzt entschieden, wo nochmal Backlash von der anderen Seite kam, wie ich euch ja am Anfang erzählt habe, jetzt wo die sieben magischen Wesen vorgestellt wurden? Surprise, surprise, sie sind wieder zurückgerudert und haben sich wieder für was Neues entschieden. Jetzt gibt es nämlich keine magischen Wesen mehr. Es gibt wieder sieben Zwerge. Allerdings sind die computeranimiert. Also das heißt, so interpretiere ich persönlich das, Disney zeigt jetzt Peter Dinklitz, der die Geschichte von den Zwergen an sich ja super rückständig findet, ganz dick den Mittelfinger. Und Disney zeigt aber auch den kleinwüchsigen Menschen, die sich beschwert haben und diese Rollen gerne gehabt hätten, ganz dick den Mittelfinger. Also wie kann man... Also, das ist geil, weil es Disney den einen nicht recht machen kann und den anderen nicht recht machen kann, entscheidet sich Disney nicht für eine Seite, sondern sie macht es einfach gar kein Recht. Das ist ja auch stark. Das ist ein neues wirtschaftliches Prinzip. Ich bin gespannt, wie das aufgeht. Ha, geil. Ach, geil, Leute, das macht mich fertig. Wirklich so ein Fähnchen im Wind sein und gleichzeitig so reinscheißen. Ja, die Zwerge sind echt größer als Schneewittchen. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Sehr merkwürdig. Also nicht. Aber das bringt mich zum Oberthema des heutigen Videos. Political Correctness und die Filmindustrie. Oh, beja. Bevor wir dazu kommen, kommen wir aber noch ganz kurz zum Sponsor des heutigen Videos. Denn was braucht man zum Filme gucken? Richtig süßwaren und Knabberzeug. Es geht heute... Nö, braucht man nicht. Schwurbel. Alicia, warum schwurbelst du? Man kann auch mit einem gesunden Proteinshake da sitzen und den sich reinballern. Wie Weirdflex sagen würde. Und ein paar Liegestütze währenddessen machen. Immer, immer, immer da sein. Immer da. Es geht heute nämlich um Motatos. Moin, Riccardo. Motatos rettet Lebensmittel, die es aus Gründen wie Überproduktion, Saisonalität, Verpackungsfehlern oder verkürztem Mindesthaltbarkeitsdatum nicht mehr in den Supermarkt schaffen. Was, ja, sind wir mal ehrlich, gerade bei Konserven, bei trockenen Sachen, die man im Vorratsschrank lagert oder Süßwaren, vollkommen egal ist. Das Geile ist, deswegen kann Motatos trotz Inflation deutlich günstiger sein und Produkte bis zu 80% Rabatt online weiterverkaufen. Ich finde es persönlich super bei veganen Sachen. Also gerade Haferdrinks sind ja aufgrund von auch teilweise politischen Entscheidungen im Vergleich zur Milch doch sehr teuer. Und so habe ich mir einfach mal eine komplette Palette auf Voraus bestellt bei Motatos und direkt mal fast 8 Euro. Würde mich mal interessieren, eins im Chat, wer viel, also wer tendenziell eher zur Milch greift und zwei in den Chat, wer tendenziell eher zur Alternative greift. Moin Gon Gon, schön, dass du da bist. Euro gespart. Und auch ansonsten gibt es bei Motatos viele Möglichkeiten, den Vorratsschrank mit nur. Also große Konzerne wie Disney, Netflix oder Amazon achten vermehrt darauf, dass ihre Produktionen, Serien oder Filme möglichst divers besetzt sind. Sprich, wenn man einen Cast von 30 Menschen hat, dann schaut man, dass da auch genügend Frauen bei sind, genügend Menschen unterschiedlicher ethnischer Herkünfte. Übrigens, alle, die da eins reingeschrieben habt, haben ihr wisst, dass ihr damit Tiere ausbeutet und dass ihr alles Heuchler seid, ne? Ihr seid alles Heuchlerseiter, ne? Ja, Wasser predigen, aber Milch trinken, ne? Sexuelle Orientierungen oder auch Menschen mit Behinderungen. Das an sich wirkt ja erstmal wie eine Geste. Anzeige es raus. Anzeige es raus hier. Ich bin total dafür, dass wir in den Medien, ja wie soll ich sagen, die Realität abwägen. Also es gibt nun mal all diese unterschiedlichen Menschen auf unserem Planeten und es wäre ja doof, wenn die Filmindustrie das nicht spiegeln würde. Was in Political Correctness aber häufig kritisiert wird, ist, dass dieses Abbilden von verschiedenen Menschengruppen nicht auf eine organische Art und Weise passiert, sondern regelrecht mit Quoten, die bestimmte Merkmale betreffen, durchgedrückt wird. Egal, ob es jetzt für den Film... Das habe ich ja auch in meinem Video thematisiert. Also es ist ja teilweise nicht mehr so, also nicht mehr nur so, dass auch die Schauspieler an sich eine Quote erfüllen müssen gefühlt, sondern auch die Crew dahinter, dass du teilweise für Preise nicht nominiert werden kannst, wenn du nicht eine gewisse Anzahl von irgendwelchen Umpa-Lumpa-Gruppen und Nebengruppen und sonst noch was noch mit drin hast. Und keine Ahnung, also meiner Meinung nach sollte einfach irgendwie der Film gewinnen, der der beste Film ist. Alles andere wäre doch scheinheilig. Du willst doch nicht wirklich gewinnen oder du willst doch nicht wirklich einen scheiß Preis gewinnen, nur weil du ein paar marginalisierte Gruppen mehr in deiner Crew hattest. Das kann es doch auch nicht sein irgendwie. Also ja, riesiges Thema auf jeden Fall, das mit diesen Quoten. Kann man durchaus kritisieren. Klar, man versteht den Punkt dahinter ein Stück weit, aber ich bin kein Fan davon. Wenn passt oder nicht. Hier ein Beispiel. Beispiele-Felix Lobrecht wollte die Filmrechte an seinem Buch Sonne und... Oh, das Beispiel, was jetzt kommt. Das ist brutal. Das ist echt brutal. ... und Beton, das zu großen Teilen in Berliner Brennpunktbezirken spielt, ursprünglich auch Netflix anbieten. Und laut seinen Angaben ist dann das folgende passiert. Und Netflix meinte so, ey, wir würden das gerne machen, wir müssten nur so ein paar Sachen irgendwie ändern. So, es wäre zum Beispiel sehr, sehr wichtig, dass ein paar mehr von den Kriminellen irgendwie, also die in dem Buch, in dem Film vorkommen, dass ein paar mehr davon Deutsche wären. So, also die wollten so, die wollten Neukölln politisch korrekt machen. Geil. Weißt du, was ich meinte? Also die wollten einfach so meine Jugend irgendwie so machen, dass es so in ihren politischen Film so reinpasst. Und das denke ich mir nicht aus, Tommy. Das Ding ist, ich muss mir dieses Meeting, also wenn ich mir das mal vorstelle, wie dieses Meeting war, das war doch anders unangenehm auch, oder? Ich meine, die sitzen da, die pitchen diese Idee und dann sagt der Typ und der steht dann auf und sagt, ja, das ist eine richtig gute Idee, das machen wir so, aber könnten, könnten vielleicht die Leute, die dich belästigen, könnten das vielleicht, äh, deutsche Lesben sein? Geht das vielleicht? Und, und, und du denkst dir so, äh, das ist meine Lebensgeschichte, warum, warum sollen denn auf einmal mich keine Araber mehr, äh, belästigen, sondern deutsche Lesben? Hä? Also, und das genau ist das Problem, warum kann man denn bei so welchen Dingen nicht einfach bei der Realität bleiben? Ne? Und da ist halt dieses, äh, 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 da beginnt halt diese politische Korrektheit schwierig zu werden, wenn man die Wahrheit verdreht, nur damit Bauch wie Bauch wie es gut geht, ne? Und da fängt die Kritik auf jeden Fall an und das ist in letzter Zeit viel zu oft und deshalb sitzen wir hier und deshalb treten wir nach. Und, du recht, Leute, zu recht. Bei der Szene am Anfang, wo Lukas und seine Freunde im Park irgendwie Gras kaufen wollen und an dieser Araber Gang vorbeikaufen, äh, vorbeikommen und sich da mit den Streitern... Ey, ich steck keine Kraft mehr, genau, Smoky. Ey, das hab ich mir nicht ausgedacht. Netflix meinte, ey, äh, wär's nicht geil, wenn, wenn diese Drogendealer da im Park am Anfang, wenn es nicht so arabische Jungs wären? Das wär ja super geil. Sondern wenn es so ne, äh, so ne deutsche Lesbische Mädchengang wär? Ja, was haben die erwartet von Netflix, dass sie sagen, ja, dass Felix sagt, ey, das wär ja die Bombenidee, dass ich darauf selbst nicht kam. Also, wie geil ist das denn? Also, stell dir mal vor, die hätten wirklich jetzt so gefragt, nach dem Motto, wär das nicht geil? Also, was erwartet man da denn für eine Antwort? Ja, das ist ja so eine supergeile Idee. Ja. Was wäre, wenn, äh, der, der Felix Suprecht spielt, die ganze Zeit ne Clownsnase aufhätte? Wär das nicht geil? Wär doch geil, oder? Jetzt mal ernsthaft. Geil, geil, geil. Und das haben die ernst. Also, das ist nicht ausgedacht. Was hier für Ausstiegende sehr absurd klingt, ist in der Realität aber gar nicht so absurd. Also, die Amazon Studios behalten sich an ein sogenanntes Inclusion Playbook, in welchem unter anderem geraten wird, beim Casting besonders auf die Hautfarbe der Schauspieler zu achten, um dabei zum Beispiel zu vermeiden, dass die Bösewichte einer Story hauptsächlich schwarz sind. Weil Schwarze eben nicht so viel als Bösewichte dargestellt werden sollten. Und, ja, ich verstehe die Idee dahinter, es gibt mir aber trotzdem sehr ungute Vibes. Also, verstehe ich nicht das Problem. Ja, Schwarze sind halt kriminell. Das ist, das ist halt einfach so. Dafür können die ja nichts. Ich meine, die, äh, werden geboren und haben halt spezielle Gene, ähm, die halt sie kriminell machen. Das ist ja ganz klar. Also, wenn ihr dieses gesamte Playbook durchlest, dann versteht ihr vielleicht eher... Alfreda war doch auch schwarz, genau, richtig. Hier wird sich halt unter anderem extrem auf Ethnizität fokussiert. Im Sinne von, ja, also wenn du ein Inder-Cast ist, dann darf der auch nur ein Inder spielen. Wenn er dann Pakistani spielen soll, dann nur, wenn es eine kleinere, unwichtige Rolle ist. Aber wenn ein Charakter einen bestimmten ethnischen Background hat, dann muss der Schauspieler exakt den gleichen Background haben. Identitätspolitik at its finest. Und ich weiß nicht warum, aber für mich wirkt das. Auch wenn es natürlich das Gegenteil sein wird, ist mir klar. 81, ich liebe dich. Trotzdem auf eine Art und Weise so ein bisschen slightly rassistisch. Denn schauen wir uns doch mal die Realität an. Wir wollen doch, dass verschiedene Kulturen verschiedene... Die Frage ist, kann übertriebene politische Korrektheit rassistisch sein? Geht das? Das ist jetzt so eine Grundsatzfrage. Ich finde, hinter Rassismus ist auch im wenig immer die Intention dahinter, oder nicht? Also ein Stück weit zumindest. Und, ja, keine Ahnung, man probiert ja halt irgendwie marginalisierten Gruppen quasi alles recht zu machen im Prinzip. Oder Gruppen, wo man meint, die könnten marginalisiert sein. So rum. Ethnizitäten. Zusammen miteinander leben und sich verstehen. Sich gegenseitig ins... Habt ihr ein konkretes Beispiel, wo politische Korrektheit rassistisch wird? Gerne mal ein paar Beispiele rein. Würde mich interessieren. Ein paar Beispiele. Lass uns drüber diskutieren. Inspirieren und auch, ja, vermischen. Also ich denke jetzt zum Beispiel an eine Person, deren Vater halb indisch und halb malayisch ist und deren Mutter halb türkisch, halb italienisch. Muss die jetzt in ein bestimmtes... Das war ja ein wilder Gangbang. ...Rassenprofil eingeklustert werden, damit man in Zukunft überhaupt weiß, wen die noch spielen darf? Das ist doch das Gegenteil von Inklusion und Diversität. Auch so ein Thema, was oft diskutiert wird, Transpersonen sollten doch bitte auch von Transpersonen gespielt werden. Was natürlich für mich auch erstmal Sinn macht und was ich total begrüße. Da gab es aber auch eine riesige Diskussion um einen Film mit Felicity Huffman, wo das eben nicht passiert ist. Aber die Frage, die man natürlich hier auch mal auf der Meta-Ebene stellen könnte, okay, wenn jetzt Transpersonen nur noch von Transpersonen gespielt werden dürfen, dürfen dann auch Cis-Frauen nur noch von Cis-Frauen gespielt werden? Das wäre ja zum Beispiel ganz doof für Transfrauen. Und wo führt das hin? Also in diesem Playbook wird sich jetzt nur auf Geschlecht, Sexualität, Ethnizität und Hautfarbe fokussiert. Aber was ist zum Beispiel mit, ja, keine Ahnung, depressiven Menschen in einem Film? Dürfen die nur von Menschen gespielt werden, die auch schon eine echte Depression hatten? Weil eine Depression ist ja auch eine Sache, die man sich jetzt nicht aussucht. Also wenn ich... Was seid ihr zu dem Punkt? Ist ein interessanter Punkt auf jeden Fall. Klar, Hautfarbe sucht man sich nicht aus. Funktionen sucht man sich nicht auch nicht aus. Das ist ja wieder so der Punkt, wo dann die ganzen Vogue geiss dann in Stottern kommen und sagen, aber, 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 bauch, aber, 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 aber. Wenn ich mich da so ein bisschen rausziehe und eine Überlegung tätige, dann ist meiner Ansicht nach die Kunst am Schauspiel ja genau das Gegenteil. Und natürlich, nur um das nochmal zu betonen und vielleicht auch an einem Beispiel zu demonstrieren, natürlich ist mir klar, dass wenn man jetzt ein Biopic über Obama macht, dass man dann nicht Tom Cruise besetzt. Aber es sollte doch einen gewissen Spielraum geben. Wurde das jetzt so bei Modern Family geregelt, dass quasi Heteros keine schwule Rolle mehr spielen dürfen, als ob? Oder war das gerade Spaß? Aber Geschlechter, die kann man sich da raussuchen. Ach stimmt, da war ja was. Die Identität, sexuelle Orientierung etc. angeht. Muss man jetzt für Obama einen heterosexuellen, männlichen Schauspieler finden, dessen Vater Kenianer war und dessen Mutter irische und deutsche Wurzeln hat? Oder kann man vielleicht auch einfach... Also die Rolle, wo Jack Black Obama spielt, das würde ich mir halt auch wirklich angucken. Also ich würde wirklich Geld dafür bezahlen und ins Kino gehen, um mir das anzugucken, wie Jack Black Obama verkörpert. Das würde mich echt interessieren. ...einen Mann nehmen, der Obama brutal ähnlich sieht, aber, keine Ahnung, nigerianische Wurzeln in der Familie hat, zusätzlich vielleicht noch homosexuell ist und vielleicht auch einfach ein Transmann, I don't know, aber eben brutal gut schauspielert. Weil das eigentlich beim Schauspieler... Aber warum kann denn jetzt nicht Vin Diesel Obama spielen? Verstehe ich nicht. ...Schauspielern ja komplett egal sein sollte, was diese Person privat macht, solange sie die Rolle gut rüberbringt. Und deswegen, ganz kurz an die ganzen Wutbürger, die sich vielleicht schon über dieses Wutbürger-Thema hier freuen, ist es... Also wir gemeint, wir sind die Wutbürger, Leute. Da sind wir! Nimmt die Fackeln! Wir sind wütend! Geil, geil, geil! Auch komplett egal, wenn ein ursprünglich deutsches Schnellwittchen von einer Latina-Schauspielerin gespielt wird. Oder wenn eine aus den Dänischen-Märchen stammende Meerjungfrau von einer schwarzen Person gespielt wird. Das ist nämlich logisch stringent, wenn man jetzt mal eine Argumentation anguckt. Ich finde, die passen toll in die Rollen. Man sollte sich nicht so... Angela Merkel wird von einer schwarzen Schauspielerin gespielt. Wegen Inklusion! Ne, Inklusion ist das andere. Deswegen, äh, ja. Um sie mit einzubauen. So hart auf Ethnizität fokussieren. Und das war's. Es ist mir scheißegal. Wobei, es ist mir nicht komplett scheißegal, weil mir Disneys Intention, die ich dahinter vermute, nicht gefällt. Und dazu kommen wir jetzt. Wenn Woke-Washing nach hinten losgeht. Ich persönlich denke, dass Disney und andere Konzerne in den letzten Jahren ganz bewusstes Woke-Washing betreiben. Das heißt, sie versuchen, Filme sehr divers nach äußeren Merkmalen zu besetzen. Um eben in der Öffentlichkeit als fortschrittlicher Woke-Konzerne... Leeroy kann Schäuble spielen. Bereitet sich nicht Leeroy gerade auf seine Rolle als, äh, Murmeth Ali vor? ...da zu stehen. Im Hintergrund, das, was man auf den ersten... Ne, als, äh, Wladimir Klitschko. Geil. Nichts sieht, stehen sie aber, ja, für mich persönlich quasi für das Gegenteil. Ich sag nur, Sweatshops in China, grausame Arbeitsbedingungen in den Parks, Lohndumping und, und, und. Aber dazu später nochmal mehr. Jetzt könnte man ja behaupten, ähm, ja, schön und gut, aber ist doch egal, aus welchen Intentionen diese Konzerne das machen. Hauptsache, die Filmbranche wird diverser. Naja, nicht ganz. Denn ich behaupte, und das ist erstmal nur eine These, durch die Art, wie einige Filmkonzerne das machen, schaden sie am Ende der Inklusion und Diversität. Es gibt nämlich zwei Besetzungsstrategien für mehr... Erinnert mich mal gleich daran, dass ich einen Kommentar auf meinem, äh, Zweitkanal-Video schreibe, dass heute ein Hauptkanal-Video online kommt. Erinnert mich gleich mal dran nach dem Video, ich vergesse das safe. Moin, Charlene, schön, dass du da bist. ...versität, die ich ausgemacht habe, die immer wieder nach hinten losgehen und trotzdem immer wieder forciert werden. Sei es aus Unwissenheit, aus fehlender Reflexion oder aus bösen Absichten, ich weiß es wirklich nicht. Aber es wirkt auf mich fast schon zynisch von diesen großen Filmkonzernen. Auf mich auch. Und genau deshalb stößt es mir auf, ne? Es ist halt, wie gesagt, keiner beschwert sich darüber, wenn das mal passiert, ne? Also, das ist ja gar kein Thema so, ne? Es ist eine wichtige Sache, dass eben Gruppen, die auch nicht so krass vertreten sind, nicht, dass man die nie sieht, ne? Aber dieses in übertriebenem Maße und dieses Gehampel so, weißt du, dieses auf Teufel komm raus, irgendwie irgendwas reinpressen und mega politisch korrekt sein, auch wenn es überhaupt nicht passt gerade, da hört der Spaß einfach auf. Genau, das ist Ideologie. Da hört der Spaß einfach auf. Konzern. Meiner Meinung nach. Ich höre euch jetzt diese Zahlbesetzungsstrategien anhand einiger Beispiele und erkläre aber auch, wie man es besser macht. Erstens, unbesetzte... Oh, Alicia macht es besser. Oh. ... bereits etablierter Rollen. Wir erleben in den letzten Jahren sehr häufig das Phänomen, dass bereits etablierte Rollen durch diversere Charaktere ersetzt werden. Das kann sowas sein, wie, dass Ariel jetzt schwarz ist, dass die Ghostbusters jetzt Frauen sind oder dass Robin Hood jetzt eine schwarze Frau... Was, Bruder? Okay. Ich hab, äh, ich hab viele Fragen, wenn ich das Bild sehe. Tatsächlich. Ich hab viele Fragen. Okay. Also, das, äh, das, äh, das finde ich ehrlich gesagt auch nicht korrekt, dass sie, äh, quasi eine schwarze nehmen, um, äh, Robin Hood zu spielen. Weil, äh, Robin Hood nimmt es den Reichen, das heißt, er stiehlt quasi. Robin Hood ist kriminell und, äh, sie geben quasi einer schwarzen die Rolle, äh, einer kriminellen. Und das finde ich nicht richtig, dass sie diese Stereotype vorantreiben. Das finde ich nicht gut. Das verurteile ich auf Schärfste und werde dementsprechend den, der das produziert hat, auch, äh, dementsprechend canceln. Weil das geht so nicht. Ja? Das können wir nicht mehr durchgehen lassen. Das möchte ich nicht mehr akzeptieren lassen. Da lassen sie Robin Hood von einer schwarzen Person spielen, ne? Den kriminellen Robin Hood, ne? Ja, was wirft denn das für ein schlechtes Licht auf die schwarze Bevölkerung, ne? Wenn eine schwarze Person einen Kriminellen spielt. Also, unfassbar. Wirklich. Also, verantwortungslos. Frau ist. Nochmal, ne? Mir persönlich ist das egal. Ich hab eben schon gesagt, ich bin diesbezüglich eigentlich... Robin aus der Hood. Aber es ist logisch nicht stringent. Ich weiß, ehrlich gesagt, nicht genau, das muss ich hier zugeben, ob sich Disney auch an so eine Art Inclusion-Playbook hält. Da sind die nicht so transparent. Aber gehen wir jetzt mal für das Beispiel... Twitchy Modes, komm, mein Bester, komm. Man kann nicht zum einen darauf bestehen, dass Rollen mit gewissen Ethnizitäten von den gleichen Ethnizitäten gespielt werden. Dann aber ein deutsches Volksmärchen nehmen und nach hunderten Jahren eine Latina besetzen. Also, man muss sich schon für eins entscheiden, ne? Entweder man macht das so wie ich und sagt, ey, es ist scheißegal, welche Ethnizität jemand hat, solange er gut in die Rolle passt, dann machen wir das so. Richtig, wäre deren Verhalten wenigstens irgendwie konkludent, ne? Dann könnte man ja noch irgendwie sagen, ja, okay, denen ist egal, wen sie für was posten und wenn sie für Angela Merkel eine Indianerin posten. Keine Ahnung, so, ne? Äh, casten, nicht posten. Keine Ahnung, aber das ist ja wirklich immer nur so picky, nach dem Motto, weiße Leute werden aussortiert, ne? Auch wenn es gar keinen Sinn macht. Auch wenn es zum Beispiel, ne, bestes Beispiel mit dieser James-Bond-Geschichte. Da stand wirklich im Raum, dass sie eine schwarze James-Bond-Frau machen. Ich meine, dann mach doch einfach eine Serie über eine schwarze Agentin-Frau, aber warum muss denn das hier James-Bond sein? James-Bond ist doch eine eigene Story. Lass doch James-Bond verdammt nochmal James-Bond sein. Wo ist denn das Problem, ne? Es gibt übrigens auch gute Filme über eine schwarze Agentin, ne? Kann man ja machen, aber keine Ahnung, das sorgt doch nur für unnötig Konfliktpotenzial in der ganzen Geschichte. Oder man sagt, es ist eben wichtig, Ethnizitäten gleichzulassen. Ach, man darf Indianer sagen nicht mehr, ne? Was darf man denn sagen zu denen? Aborigines, oder die? Wenn man das nämlich nicht konsequent durchführt, dann ist es keine Logik mehr, dann ist es Ideologie. Und egal, wie ihr jetzt dazu steht, aber es ist doch eigentlich offensichtlich, und ich hoffe, das versteht ihr, natürlich ärgert man zum Beispiel einen Teil der rothaarigen Community, wenn ihnen auf einmal die einzige rothaarige Disney-Prinzessin genommen wird, in dicken Anführungszeichen. Und so spielt man, ob man es will oder nicht, also egal, ob man das jetzt für egal und progressiv hält. Ja, denk doch mal an die rothaarigen, ne? Ja, für die rothaarigen interessiert sich keiner, ne? Rothaarige sind übrigens noch mal mehr marginalisiert als Schwarze. Ich glaube, es gibt weniger rothaarige auf der Welt als Schwarze. Also deutlich weniger, deutlich, deutlich weniger. Also zu 100% eigentlich. Ja, und um die kümmert sich halt auch keiner. Hm? Ja, Disney wieder am Diskriminieren, ne? Ich nenne das mittlerweile Disney-Kriminierung. Oder auch nicht zwangsläufig Menschengruppen gegeneinander aus, wenn man eben etablierte und geliebte Rollen gesetzt. Also stellt euch mal vor, Disneys Christian Frosch würde jetzt eine Realverfilmung bekommen. Und da würde man statt einer schwarzen Schauspielerin eine, ja, eben weiße, rothaarige Person besetzen. Zum einen würde ich behaupten, dass Disney das so rum vermutlich nicht machen würde. Aber wenn sie es täten, dann wäre der Aufschrei ja auch riesig. Sag mal, sie bringt die Weird Flex. Sie sagt, andersherum würde es einen riesen Aufschrei geben. Also gefühlt kommt das in jedem Video einmal vor, ne? Die Doppelmoral. Die Lösung sollte also meines Erachtens sein, wenn man eine gewisse ethnische Gruppe, eine Sexualität und so weiter mehr repräsentieren will, neue Märchen, neue Geschichten und neue Filme zu schaffen. Und das funktioniert. Absolut. Also es ist jetzt nicht so, als ob das irgendwie nicht geht oder kein Geld einbringt. Im Gegenteil. Ich habe vor ein paar Tagen Black Panther geguckt. Wie genial, aber auch finanziell erfolgreich war dieser Film? Ich weiß nicht. Habt ihr den Film geguckt? Ich habe ihn mir nicht angeguckt, weil keine rothaarige Person vorkam. Und so einen Drecksverein möchte ich dann nicht unterstützen, wo rothaarige Menschen diskriminiert werden. Deshalb habe ich mir den gar nicht erst angeguckt. Fand ich so nicht richtig auf jeden Fall. Ja, außerdem, was man durchaus kritisieren konnte bei Black Panther, da hat ja der männliche Schauspieler nicht mehr mitgespielt. Der wurde ja ersetzt durch die Frau. Und das finde ich halt auch nicht gut, dass die marginalisierte Gruppe Mann, ja, es gibt weniger Männer als Frauen auf der Welt, dass der einfach so ersetzt wurde durch eine überrepräsentierte Person. Und das finde ich auch verantwortungslos, um einfach mal ehrlich zu sein. Und da hat sich auch niemand beschwert, dass alle Charaktere oder der Großteil der Charaktere schwarz ist. Wieso auch? Also es wird ja niemandem überhaupt irgendwo was weggenommen. Es wird ja einfach nur ganz viel dazugegeben. Es wird bereichert. Moana, auch geniales Beispiel, ein ultra erfolgreicher Film, der in Polynesien spielt. Mulan, ultra erfolgreicher Zeichentrickfilm, der in China spielt. Und auch wenn man sich jetzt nicht auf gewisse kulturelle Sachen fokussiert und einfach nur einen gemischten Cast hat. Ich denke da zum Beispiel an Brooklyn Nine-Nine. Super divers besetzt. Riesenerfolg die Serie. Oder auch Glee habe ich damals geliebt. Da werden sogar Themen wie Homosexualität, Querschnittslähmung, Stottern ganz explizit thematisiert. Auch ein Riesenerfolg. Absolut riesiger Punkt. Ich meine, es funktioniert ja. Man kann ja so Dinge machen, wo alle inkludiert werden. Aber man macht was eigenes und dann kommt es auch gut an. Ich glaube, Glee war ja damals super im Hype. Also ich habe es persönlich nie geguckt, weil ich nicht schwul bin. Aber wie gesagt, viele, viele andere Leute haben das damals gefeiert. Mit einem, ja, sehr divers besetzten Cast. Und ich könnte jetzt noch stundenlang weitermachen. Euch noch ganz viele Beispiele aufzählen. Ist das so? Ist das schlecht auf Deutsch, Brooklyn? Vielleicht noch gute Beispiele habt. Ich habe Patien gesehen, die waren ganz cool. Man muss also nicht alte Rollen neu besetzen. Und ich finde übrigens auch, damit macht man es sich sehr, sehr einfach. Und dann halt auch Menschengruppen eventuell gegeneinander ausspielen. Merida war auch ein toller Disney-Film mit starker, boah, Merida, richtig guter Film. Tatsächlich richtig schön auch. Ich habe gestern Game of Thrones geguckt und Lido und Stitch. Das ist eine wilde Kombination auf jeden Fall. Ich weiß, ich weiß. Eines Erachtens, ja, ich finde das schon fast boshaft. Man kann auch einfach geile neue Geschichten erzählen. Und man muss ja auch nicht das Rad neu erfinden. Man kann diese neuen Geschichten ja an alte Geschichten anlehnen. Alles schön und gut. Und wenn man das dann geschafft hat, was ja auch viele Filmkonzerne schaffen, auch diese großen in Teilen schaffen, dann gibt es noch eine zweite zynische Besetzungsstrategie, wie ich finde. Wir erleben in den letzten Jahren auch sehr häufig das Phänomen, dass zwar neue Rollen für mehr Diversität geschaffen werden, wie ich ja eben vorgeschlagen habe, diese aber einfach grottenschlecht geschrieben sind und deshalb den Zorn der Zuschauer auf sich ziehen. Oh ja, oh ja, oh ja. Das wollte ich auch erst in meinem Video thematisieren. Hatte dann keinen Platz mehr, keine Zeit mehr. Aber darüber wird auf jeden Fall, über diese ganze Mary Sue-Thematik, ich weiß, worauf sie hinaus möchte, darüber wird auf jeden Fall irgendwann nochmal ein Video kommen. Also, das kannst du ja nicht machen. Ich meine, also, ne. Okay, das ist, dieses Narrativ wird halt immer aufgemacht. Okay, Luke musste drei Teile lang kämpfen, bis er irgendwie irgendwas gerissen hat. Und die ist im ersten Teil schon, die kann halt alles. Und dann soll der Zuschauer halt mitfiebern, ohne irgendeine Charakterentwicklung. Man macht es sich einfach zu einfach. Man macht es sich einfach zu einfach, Freunde. Imp ist nicht der Beste, da muss ich dir widersprechen, mein Freund. Da muss ich dir widersprechen. Die als weibliche Protagonistin ins Star Wars-Franchise eingeführt wurde. Während Luke und Anakin Skywalker beide eine... Ich fand die neuen Star Wars-Filme gut. Äh, ich glaube, der Mann braucht mal ein 24-Stunden-Bann. Sehr interessante Heldenreise durchlebten, oft an Dingen scheiterten und auch mal Fehlentscheidungen trafen, kann sie von Anfang an noch als, ja, quasi Jungspund gefühlt alles besser als jeder andere Charakter. Ey, da gab es Szenen, die haben so gar keinen Sinn gemacht. Ich erinnere mich immer sehr, sehr gerne an diese eine Szene. Oh, das ist... ich kann nicht mehr. Wo Finn, das ist der Sturmtruppler, der Schwarze, der dann von den Sturmtrupplern weggewechselt ist, sich opfern möchte, um alle zu retten. Er will also quasi reinfliegen in den gegnerischen Flieger und so quasi Übles verhindern. So, es wäre ein gutes Charakterende gewesen. Er opfert sich, um alle zu retten. Und seine asiatische Freundin, die ihn liebt, die hält ihn davon ab, indem sie ihn mit einem anderen Flieger von der Seite reinfährt. Also erstmal, dabei hätte er genauso sterben können. Erstmal das. Also erstmal, komplett dämliche Art. Und zweitens, also... Ey, Leute, es hat gar keinen Sinn gemacht. So, also... Man macht es sich manchmal einfach zu einfach. Zähne. Ob es fliegen, präzise schießen oder mit Lichtschwertern kämpfen. Ist das schon King-Shaming? Geil. Ja, das ist King-Shaming, aber gutes King-Shaming. Und natürlich hassen Zuschauer solch perfekt geschriebene, alles besser könnte Mary Seuss. Das ist nämlich tatsächlich der Fachbegriff für diese Art von Charaktere, die, ja, alles gefühlt besser können, perfekt sind und Aufgaben erheblich leichter bewältigen als andere Charaktere, die vielleicht sogar, ja, eine Ausbildung haben über lange Zeit oder viel Erfahrung und diese Charaktere können dann auf einmal alles besser. Kann man übrigens auch für Männer nutzen, dieses Wort. Gibt es auch einige in der Filmgeschichte. Naja, weitere Beispiele aus der näheren Vergangenheit, wo eben Frauen so oder so ähnlich geschrieben wurden, wären für mich persönlich zum Beispiel Galadriel aus der Ringe der Macht Serie. Oh, ich bin so ein riesiger Fan von dem Disney-Film Mulan, von der animierten Variante. Dann habe ich den gesehen und war echt ein bisschen enttäuscht. Also, ach, keine Ahnung. Ich meine, wenn man vollkommen unvorallgedommen geht und in den Filmen geht und keinen Plan von gar nichts hat und nicht checkt, was da abgeht, dann kann ich mir vorstellen, dass man irgendwo genießen kann. Aber ab dem Punkt, wo sie einen vielfachen Rückwärtssalto gemacht hat und den Speer zurückgetreten hat mit dem Fuß, in das Herz vom Gegner, da war für mich Schluss mit lustig, to be honest. Da war der Joke einfach für mich vorbei. Also, wie gesagt, an Wokeness kann man das halt nicht mehr übertreffen. Es geht einfach nicht. So ein vielfachen Rückwärtssalto gegen den Fall getreten. Da hört der Spaß auf einfach. Geht nicht mehr. Und ich liebe den alten Film. Das ist einer meiner Lieblingsfilme, dieser alte, animierte Mulan. Wirklich, am Ende, es ist ungelogen, auch wenn ich mich hier zum Trottel mache, ich habe am Ende schon mal geweint, wo sie dann zu ihrem Papa da zurückkommt und Ehre für das Haus bringt und sie denkt, dem Papa ist die Ehre wichtig, ne? Aber ist ihm nicht. Er wollte einfach nur seine Tochter wieder haben. Wie schön ist das Ende, bitte? Was für ein geiles Ende. Und die Frau war von vorne bis hinten in der Hauptrolle, hat Problemen gestrotzt, hat am Ende dann das ganze Land gerettet. Und es ist ein geiler Film einfach, weil es gut gemacht ist. Es ist einfach gut gemacht. Im Gegensatz zu dieser Agenda, die heute oftmals da befördert würde. Nach dem Motto, wir stellen eine Frau hin, die kann alles und dann wird es schon jemandem gefallen. Nein, das ist der falsche Weg. Gutes Storytelling ist immer noch der Key im Jahre 2023. Bitte akzeptiere das. Ideologie macht nicht gleich einen guten Film. Punkt, Punkt. Egg oder Captain Marvel aus dem gleichnamigen Film. Und ja, wo ist jetzt hier das Problem? Jetzt könnte man ja auch sagen, ja... Kenne ich nicht, Bobat. Kenne ich leider nicht. Ich habe das Gefühl, dass Filmstudios, gerade wenn sie Frauenrollen schreiben, es eben irgendwie gut meinen und darauf achten wollen, dass die eben unbedingt mit den Männern mithalten können. Was ja auch erstmal ein jubiler Gedanke ist. Aber deshalb wird oft vermieden, diesen Frauen überhaupt schlechte Eigenschaften oder Fehler zu geben. Korrekt. Und dann kann man sich eben nicht so gut mit den Charakteren relaten. Weil so funktioniert Storytelling. Man möchte ja ein bisschen mitfiebern. Und wenn man eine Person hat, die ist perfekt und die kann alles, dann kann man nicht so gut mitfiebern. Das ist einfach ein Fakt. Ne? Also, ja, wie gesagt, dazu kann ich mir gut vorstellen, auch nochmal ein Video zu machen. Das hat in meinem Letztes über die Hollywood Walkness leider nicht reingepasst. Das ist eine riesige Sache. Und teilweise echt auch eine Schweinerei einfach, ey. Was die da machen. Und das macht die dann eben zu solchen Unsympathen. Dabei ist in der Realität und im Leben und in unserer Welt ja eigentlich genau das, was einer Rolle oder einem Charakter Tiefe und Charakter gibt und den am Ende zu einer Ikone macht. Also keiner mag glattgeschliffene, perfekte Superhelden, sondern es ist ja das Krasse an der Story, wenn jemand wächst. Die Lösung sollte also meines Erachtens sein, Frauenrollen zu schreiben, die realistischer sind, ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber die eine Heldenreise durchleben. Dass ich mal einer Frau recht gebe, die nicht in der Küche steht. Also unfassbar. Wirklich. Aber da muss ich ihr wirklich mal recht geben. Ne? Der Frau. Hart trainieren. Vielleicht einen Mentor oder eine Mentorin haben, die besser sind als die. Dankeschön, Apfelkuchen. Frauenrollen, die auch mal vielleicht einen Fehler machen, Rückschläge erleiden und aber gerade deshalb, eben weil sie das alles erleben und das sie stark macht, am Ende zu diesen krassen Powerfrauen oder Kampfmaschinen oder... Es gab in der Vergangenheit so viele gute Filme, wo Frauen auch in der Hauptrolle sind. Also dieses Argument, wir wollen Frauen nicht in der Hauptrolle sehen oder in einer wichtigen Rolle, das ist komplett invalid. Das ist ein komplett dämliches Argument. Wenn es gut gemacht ist, dann her mit den Frauen. Wenn es nicht gut gemacht ist, dann weg mit den Frauen. Das kann doch nicht so schwierig sein. Einfach eine gute Story zu haben. Ist das denn zu viel verlangt? Whatever, wer... Ich sage nein! Wenn man diese coolen Storys den Männern gibt, dann muss man die bitte auch den Frauen geben und die Frauen nicht irgendwie so wie so eine flache Person darstellen, die auf einmal alles besser kann. Auch dafür gibt es positive und sehr erfolgreiche Beispiele in der Filmgeschichte. Beatrix Kido, die Protagonistin aus Kill Bill, zum Beispiel der Inbegriff einer Heldenreise. Dr. Louise Banks aus Arrival. Alan Ripley aus Alien. Katniss Everdeen aus Die Tribute von Panem. In den Büchern übrigens noch mehr als in den Filmen. Oder aber auch Anna und Elsa aus Frozen. Ganz schnell zum erfolgreichsten Animationsfilm aller Zeiten geworden. Ja, warum? Weil man hier zwei starke Frauen in der Hauptrolle hat, die auch mal scheitern, auch Fehler machen, die aber keinen Prinz brauchen und am Ende durch Geschwister, Liebe und Zusammenhalt zu ihrem Ziel kommen. Und euch fallen auch bestimmt hier wieder noch mehr coole Beispiele ein. Das sind alles ganz, ganz tolle Beispiele für charakterstarke Frauenrollen, die eben gerade deshalb so geliebt und gefeiert werden, weil sie echte Helden sind. Und meines Erachtens bringt das Frauen in der Gesellschaft auch mehr als flachgeschriebene Charaktere, die dann irgendwie noch den Zorn auf sich ziehen. Vielleicht versteht ihr jetzt, warum ich hoffe, dass große Filmkonzerne diese beiden Besetzungsstrategien in Zukunft eben vermeiden. Kill Joe Markters. Weil sie damit den Menschengruppen, die sie eigentlich besser repräsentieren wollen, einfach einen Bärendienst erweisen. Und somit, ja, fast schon wieder, und das ist nur eine Meinung von mir, aber meiner Ansicht nach, gerade als Frau, irgendwie sexistisch und diskriminierend sind, obwohl sie ja ursprünglich das Gegenteil sein wollten. Das Gute ist aber, und das sei nebenbei gesagt, dass das eigentlich alles schnulzpiep egal ist. Denn egal, ob ihr Disney jetzt zum Beispiel für seine vermeintliche Political Correctness liebt oder verabscheut, ihr alle hättet einen Grund, Disney zu kritisieren. Das wahre Problem hinter Disney. Mein YouTube-Kollege Imp hat zu diesem Thema ein sehr ausführliches und sauinteressantes Video gemacht. Und weil er sich in diesem Video beschwert, dass ja diese Seite irgendwie nur sehr selten von Menschen mit großer Reichweite oder großen Plattformen beleuchtet wird, reiße ich das Thema hier auch noch mal ganz kurz an. Aber alle Credits aus diesem Part gehen an ihn. Schaut euch auch unbedingt noch sein ganzes Video an, wenn euch das tiefer interessiert. Es ist auch sehr lustig und kurzweilig gemacht. Ich nenne euch mal ein paar meine Negativ-Highlights. Laut Imp's Recherchen soll Disney seine Disneyland-Part... Lustig und kurzweilig. Also Imp ist ein guter, Imp ist der Beste, aber seine Reactions, boah. Also seine Reactions sind sehr langwierig. Er hat auf mein Zehn-Minuten-Video einfach eine Stunde zehn reagiert. Das heißt, mein Video ging zehn Minuten und das, was er geredet hat zu dem Video, ging eine Stunde. Also kannst du mir erzählen, was du willst, aber kurzweilig ist was anderes. Park-Mitarbeiter nicht wirklich gut behandeln. So haben erst vor zwei Jahren 25.000 Mitarbeiter Disney wegen zu niedriger Löhne verklagt. Denn selbst jahrelange Park-Mitarbeiter bekämen nur etwas mehr als Mindestlohn, was in Kalifornien eben kaum reizt. Genau so ist es. Alle zehn Sekunden reagiere ich für fünf Minuten. Reicht, um sich überhaupt genügend Essen oder ein eigenes Dach über den Kopf zu finanzieren. So haben in einer Umfrage von 2018 elf Prozent der etwa 5000 befragten Disneyland-Mitarbeiter angegeben, dass sie in den letzten zwei Jahren Obdachlosigkeit erlebt hatten, während sie... Das ist natürlich schwierig, ne, wenn man vornehin so woke tut und politisch korrekt und wir sind die Guten und alles und hintenrum dann, ja, was keiner sieht halt. Aber wir zahlen halt sehr schlechte Löhne. Unsere Leute, die bei uns arbeiten, sind obdachlos. Wir zahlen nicht mal Mindestlohn, werden dafür verklagt. Ja, sind schwierige Parallelen. Und deshalb würde ich prinzipiell immer empfehlen, oder ich lebe danach, stell dich nie als der Gute dar. Von mir zum Beispiel, ich bin das reine Böse auf YouTube. Jay Riddle, das reine Böse. Heute übrigens 18 Uhr, neues Video. Aber ja, ich bin das reine Böse. Von mir erwartet niemand was. Ich könnte das letzte Rotzplacement annehmen, eure Seelen verkaufen. Und dann sage ich dann in Zweifel zwar, ey, was habt ihr von mir erwartet? Ich bin das reine Böse. Come on! Für das Disneyland arbeiteten. Inflationsbereinigt sind die Löhne sogar seit dem Jahr 2000 gesunken. Und das, während Disney selbst dicke Gewinne eingefahren hat. Aber hey, immerhin dürfen Disney mit der Mälter seit 2001 die eigenen Unterhosen und Unterziehsachen unter den Kostümen tragen. Das war vorher nämlich nicht gut. Genau, gone, gone. Und auch Sweatshops in Asien für die Herstellung dieser unzähligen Disney-Merch-Artikel sind immer wieder in der Kritik. Von angeblicher Kinderarbeit über massive Überschritte, müde Löhne und sogar einem Selbstmord in einer der Fabriken wird da alles diskutiert. Und ich könnte euch jetzt noch über die komischen Umstände erzählen, unter denen die Realverfilmung Mulan in China gedreht wurde. Oder wie vor einigen Jahren Disney-Mitarbeiter geklagt haben, weil sie laut eigenen Angaben sukzessive durch massiv günstigere ausländische Mitarbeiter mit H1B-Visa ausgetauscht wurden. Stichwort Lohndumping etc. Aber guckt euch dazu bitte, wie gesagt, das Video von Imp an. Da gibt es noch mehr Fälle, wo einem einfach nur der Mund offen stehen bleibt. So, und wenn ihr bis hierhin drangeblieben seid, dann seid ihr vermutlich richtige Film-Enthusiasten und ich kann euch noch ganz kurz ein Projekt in eigener Sache vorstellen, was ich in den letzten Wochen mit einem Kollegen gestartet habe. Ich habe nämlich auch, wenn wir gerade über Peter Dinklage geredet haben, noch nie in meinem Leben Game of Thrones gesch- So, alles klärchenbärchen. Das war ein gutes Video. Zusammenfassend lässt sich sagen, Disney ist ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen in Sachen Political Correctness. An sich machen sie oftmals gute Filme. Deshalb stört es natürlich dem Disney-Fan besonders, dass sie in letzter Zeit öfters mal ins Klo greifen. Und ja, das auch zu Recht, wie wir bei Schneewittling gesehen haben. Schreibt mir dazu eure Meinung doch mal ganz gerne in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, Kakao und tschüssli, Müsli. Come get your love Come get your love